so hallo zusammen erst mal ganz kurze info ich gehe extra noch nicht in keinen modus rein denn es hat damit zu tun es gibt heute kostenlose wie wachs ich wollte euch einfach mal wieder zeigen wie schnell man eigentlich in fortnite wie wachs bekommt genau klar über einen item shop da könnt ihr natürlich auch ganz entspannt für 100 euro könnt euch so 13.500 wie wachs holen aber das ganze geht auch einfacher nämlich mit rette die welt rette die welt kostet zurzeit 40 euro aber ich zeige euch direkt es lohnt sich eigentlich die spiele auf jeden fall richtig zu kaufen also nicht einfach nur kostenlos battle royale spielen da auf skins geiern und hast du nicht gesehen wenn du ab und zu mal ein bisschen langeweile aufkommt holt euch rette die welt bis jetzt habe ich schon so viel überzeugt ist auch keine produktplatzierung deshalb steht auch nirgendwo werbung weil dafür bekomme ich halt wirklich gar nichts ich zeige euch mal ganz kurz was ihr bekommt wenn ihr euch täglich einloggt ihr seht ich bin jetzt bei 223 tagen und ihr seht schon was ich morgen bekomme morgen bekomme ich allein 800 wie wachs einfach nur weil ich mich einmal kurz wie jetzt zum beispiel kurz eingeloggt habe also morgen 800 wie wachs dann in einer woche in einem tag natürlich dann noch mal 150 wie wachs also jede woche kriegt man einmal nochmal wachs zusätzlich dann haben wir noch die auftrags beschreibung die sind da dann kamen wir tägliche aufgaben jeden tag kommt eine aufgabe hinzu wo du noch mal mindestens 50 wie wachs bekommst dann haben wir noch mal zusätzlich sturm schütt verteidigung wurde für jede sturm schütt verteidigung noch mal 100 wie wachs bekommst insgesamt gibt es quasi es gibt vier zonen heißt es sind 40 sturm schütt verteidigung also kommen da noch mal mindestens 4000 wie wachs dazu wenn du alles freigeschaltet hast dann kriegst du separat noch abends zu normale wie wachs aufgaben deshalb geben wir auch direkt rein gehen also nicht jeden tag aber es gibt tägliche missionen wo man halt eben wie wachs bekommt eine aufgabe davon zum beispiel ist genau jetzt hier hier seht ihr jetzt 530 wie wachs skizzen ep vorteil bloß selten und gold das gold könnt ihr dann hier hinten im lama schub ausgeben für halt irgendwelche skizzen und hat man nicht gesehen also ich würde sagen wir gehen doch direkt mal rein auf ganz entspannt so also ohne quatsch ich kann jedem immer nur empfehlen kauft euch rette die welt auch wenn es nicht wirklich viel spielt aber versucht euch irgendwie komplett hoch zu spielen ja hier schon mal der anfänger fehler nur mal so als tipp ihr seht ich habe keinen in der lobby drin weil was habe ich falsch gemacht achtung aufgepasst privatsphäre privat heißt wenn wir privat stehen damit uns keiner nach steigen kann das funktioniert und rette die welt nicht ihr müsst öffentlich sein aber macht euch da keine gedanken euch joint so gut wie keiner hinterher ich habe 48 leute online davon werdet ihr gleich keinen einzigen sehen hoffe ich mal also dann gehen wir auch direkt mal rein jetzt 35 wie wachs denk dran eben war die lobby leer und safe call vier leute leere server verbindung keine panik die können uns nicht hören beziehungsweise mich nicht ja betritt die lobby geht wieder richtig schnell eben ging es ruckzuck einer schon da jetzt lädt es gerade hoch dann würde ich sagen wir gehen direkt rein und ihr seht volle lobby also bei wachs aufgaben müsst ihr euch keine gedanken machen ob da irgendeiner mitmachen will weil logischerweise eigentlich jeder der rette die welt hat holt sich die wachs mission außer er hat halt wirklich überhaupt keinen bock auf fortnite an sich aber es gibt so viele allein auch schon von meinen zuschauern zampal und wie sie alle heißen schleuderhafe wir finanzieren alle unsere skins nur so wenn zwischendurch man natürlich ein bisschen viel kommt wie jetzt zum beispiel im shop dann ist es natürlich eine andere geschichte dann holen wir uns natürlich auch mal wie wachs oder hast du nicht gesehen aber in der regel kann man alles so mit rette die welt bezahlen klar wenn du dir jeden tag drei skins kaufst dann geht die rechnung natürlich nicht auf aber wenn du dir so alle zwei wochen man skin gönnen willst überhaupt kein problem weil ohne quatsch rechnen doch mal aus wenn du für 40 euro wie wachs holst kriegst du keine ahnung ich sag jetzt mal grob 5000 wie wachs die hast du halt in rette die welt locker ich behaupte wirklich in zwei wochen hast du so raus und dann in zwei wochen ganz normal spielst mit einloggen was ganz normal deine missionen spielst bisschen rein sehe ich da überhaupt kein problem wenn du irgendwie leute brauchst die mithelfen wollen kannst du gerne meinen stream vorbei gucken auf ehrenbruder basis weiß der und dann kannst du auch da mal nachfragen also überhaupt kein problem also wir helfen uns schon gerne gegenseitig aber in der regel kannst du eigentlich alles alleine machen es gibt zwar ein paar kleine geschichten das ist immer besser wenn du ein bisschen mehr leute willst aber in der regel geht alles so jetzt möchte ich hier mal ein bisschen aufräumen und vor allem dem spiel so ein bisschen runter drehen das ist das einzigste nervige hier weil ich immer die sound effekte runter drehen weil das geballer ist einfach so laut was müssen wir machen benutze die konsole und fangen direkt schon mal an ich hoffe die machen jetzt mit danke ehre so was hier hinten noch grad weg ihr seht gerade hier kann man auch seine normalen skins verwenden also ganz entspannt so dann gehe ich schon mal gerade einmal im kreis und sammeln die netten roboter ein das war ziemlich langweilig die aufgabe aber ich sag mal wenn ihr auch wirklich komplett neu seid dann ist eigentlich im spiel noch gar nichts langweilig aber ihr dürft nicht vergessen ihr kriegt natürlich auch nicht hier direkt sonnenkristalle wo alle von reden das dauert ein bisschen bis ihr in dem bereich reinkommt jetzt müssen wir halt so hopper da suchen die irgendwo hier rumstehen ach sturmkiste da die müssen wir suchen davon acht stück ich hoffe halt die anderen rennen auch ein bisschen rum in der map und manchmal findet man halt einfach auch in anführungszeichen sage ich jetzt mal schlechte lobbies die einfach nur materialien farben und hast du nicht gesehen aber es hält sich eigentlich so weit auf den grenzen die meisten wollen dann doch ziemlich zügig vorankommen weil gerade wenn du im endgame bereich bist da willst du nur die materialien haben aus der mission und mehr willst du eigentlich gar nicht da geht jeder einmal im kreis guckt mal gerade so was noch so unterwegs ist gucken aber irgendwo noch ein sonnenkristall auf geier mäßig mitholen kann und dann war es das eigentlich auch schon dann macht man ruckzuck die mission und dann geht es auch schon direkt weiter ihr seht klar bei mir fallen jetzt ziemlich schnell um weil ich natürlich auch starke waffen habe die hier habe ich mir zum beispiel nicht selber gemacht aber vorne den netten hat es kommt welche namen nicht ein doch totengräber den kann ich mir inzwischen selber herstellen also es ist alles auch selber machbar ich gebe euch halt wirklich nur einen tipp klar ihr wollt bestimmt schnell mit dem spiel durchkommen aber ganz einfach lasst euch nicht zu sehr pushen weil wenn ihr euch zu sehr pushen lässt ihr kriegt dann einfach alleine nichts mehr hin das ist halt einfach das größte problem in der ganzen geschichte ich muss sagen ich habe mich da auch gut ziehen lassen habe aber auch einiges allein gemacht um gottes willen aber wenn man sich wirklich nur ziehen lässt hat man halt ruckzuck ein problem weil wenn wir selber keine 130er waffen machen kannst und so ja dann wird schnell nicht mehr lustig so ihr seht jetzt warte mal kommen die hier hoch eigentlich muss ich selbst ja auch hier die fall ist vom jahr auf ganz entspannt so hier hat den cloud spot damit wir angezeigt bekommen wo alles ist aber die darf man eigentlich so simpel kann man die hier abfangen aber falls einer doch zu nahe kommt ganz entspannt eine wand falle wie man sieht hier ist jetzt so ein bisschen der fall ich spiele halt doch alleine aber ich sage in dem level bereich ist das den leuten eigentlich egal kann sein dass sie gerade ein bisschen holzfarben oder was weiß ich irgendeiner wird schon immer die aufgabe machen nur wenn man merkt ja es macht doch keiner dann sollte man vielleicht sich mal selber auf die socken machen weil wenn die mission nicht erfolgreich ist bekommt ihr nämlich auch nicht die vivax also jetzt müssen wir mal langsam alle hier down sein ich stelle die mal gerade da hin meinen beliebten roboter so ihr seht da auch die zeit ablaufen ist klotzbot ist fertig können die sachen einsammeln und auf der minimap bekommt ihr eigentlich in der regel alles soweit angezeigt was ihr benötigt aber man muss auch sachen suchen also so alles so bisschen suchen farmen sich selber herstellen ich finde es halt einfach das ist eine schöne alternative zu normalen battle royale modus er sucht sich alles allein kleiner egoist jetzt haben wir schon vier von acht gefunden das ist nice muss halt jetzt warten bis die acht dinge da durch sind immer noch ein bisschen überleben weil ihr seht phase 19 ich glaube das gibt sogar auch noch mal wie wachs ich bin mir da aber gerade absolut nicht sicher ich werde euch irgendein blödsinn erzählen so waren wir jetzt überall hier außen noch nicht also in drei minuten 40 ist erst der überfall und wie gesagt das wollte ich euch halt einfach nur zeigen ihr könnt in rette die welt so viel wie wachs bekommen und natürlich ist das von heute die wachs aufgabe was bedeutet genau jeder kann sie machen der jetzt gerade das video guckt am schönen oster sonntag auf ganz entspannt jetzt werden wieder einige sagen warum benutzen du deine 130er waffen ganz ehrlich ich kann davon so viele herstellen ohne abgehoben zu klingen aber wenn man halt wirklich nur ein bisschen immer farbend hat man eigentlich ruck zuck die materialien für alles zusammen außer für die pulser also hier die waffe die kann ich mir nicht herstellen da habe ich meinen kleinen helfer und das ist ein lieber hans der stellt mir die immer gerne zur verfügung beziehungsweise ich gebe ihm die materialien und er baut sie mir also im prinzip ich habe halt die skizze noch nicht beziehungsweise ab sie halt nicht kann deshalb die waffe nicht herstellen so bisschen hilfe wie gesagt kannst du immer bekommen auch bei uns im live stream überhaupt kein ding solange einer die materialien hat kriegen wir das bestimmt schon irgendwie auf die reihe das ist halt manchmal auch so dann hat man ruck zuck alles schon erledigt und man steht in anführungszeichen bisschen dumm rum aber in der zeit ihr seht ja ich habe jetzt 5000 metall seht ihr recht wir bräuchten aber noch zweieinhalb tausend holz die kiste kann auch mal entspannt mitnehmen was bedeutet wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen fps drops ja genau neun fps da lässt sich doch mit leben aber fahren wir halt einfach noch ein bisschen ist daher manchmal ist es halt schon ein bisschen langweilig deshalb mache ich teilweise wirklich nur tagesaufgaben und gut ist aber das wichtigste war mir halt immer dass ich wirklich alle wie wags die am tag ins spiel reinkommen quasi dass ich die auch rausbekommen das war immer so meine wichtigste sache die ich haben wollte von anfang an wo ich mir gedacht habe kommen machen youtube kanal war der wieder sein medikits und natürlich hier sind auch mit stimmen und hast du nicht gesehen die bei den aufträgen helfen aber die habe ich deaktiviert weil wenn du jede mission die stimmen hörst irgendwann wirst du wahnsinnig damit so hier von dem überlebenden müssen wir jetzt das medikits suchen aber hier wir kriegen es angezeigt draußen so wo hat er das medikits versteckt das ist ein aha aufsammeln einmal zum überlebenden wieder hin weil dafür gibt es nämlich auch noch ein achievement auf der playstation zum beispiel ich weiß ja einige sind ja auf der playstation also ich würde sagen ich habe das Spiel so gut wie durch aber zwei große medaillen fehlen mir auf jeden fall einmal irgendwie so und so viel schätze aufsammeln und halt eben überlebende überlebende muss man glaube ich 10.000 ich kann euch ja vorstellen wie lange es dauert 10.000 leute zu retten so langsam zum schutzbunker wieder weil ihr seht das letzte modul wird jetzt installiert wie lange sind wir jetzt an 14 minuten ich sage so 20 minuten und schwupp hat man schon wieder mehr wie bugs oft ganz entspannt vor allem hat meine tagesaufgabe ganz angeguckt geht was hat war was war denn meine tagesaufgabe überhaupt nicht wieder aufgepasst vor lauter gequatsche ach feuerwehrautos er feuerwehrautos findet man hier glaube ich gar nicht aber werden wir dann in der nächsten mission machen noch ganz entspannt ich wollte euch einfach nur mal zeigen wie das ganze hier so abläuft läuft er wollte aber wissen hier mit seinen fallen level 58 hallo da müsst ihr halt auch immer aufpassen klar ihr könnt hier so fallentunnel schon mal hinstellen aber ich würde behaupten da rennt nicht ein gegner rein weil wir halt einfach zu op sind ihr seht hier gefällt jeder gegner direkt um da hat er einiges gut gemeint aber nicht nötig weil das halt einfach fallenverschwendung aber ihr seht schon am level level 82 er hatte sich wahrscheinlich selber hergestellt also er spielt halt dann richtig das sind halt rette die weltspieler dies richtig spielen stellen sich ihren kram selber her lassen sich nicht irgendwie pushen oder so hat auch eine idee unter bei dem was er macht da würde ich einfach sagen machte noch drei vier monate dann ist das auch einer der auf level 140 rumeiert da sagen wir mal zumindestens mal in höheren gebieten und der weiß auch was er macht weil ich bin ganz ehrlich wo ich angefangen habe ich habe mich dann auch hochziehen lassen und schnell 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 ganz schnell die besten waffen und hast du nicht gesehen endergebnis war irgendwann mal die anderen nicht mehr da und schwupps musste ich alles alleine machen und dann hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert dann kam ich mir vor wie der letzte vollidiot das erste mal spiel spielt weil auch so fallen tun oder so da muss man schon ein bisschen wissen wie das ganze funktioniert aber da gibt es ja genug youtuber wo man darauf ganz entspannt ein bisschen vorbeischauen kann und man lernt halt automatisch dazu aber hier so leveln du hast halt immer mal größeren dabei der da ist der irgendeinem anderen hilft da sieht halt so eine mission immer ganz easy aus aber wenn man da mal alleine oder zu zweit mit seinem kumpel da steht der genauso stark ist wie man selbst dann sieht die welt schon wieder ein bisschen anders aus ihr seht ihr jetzt kommt nicht ein gegner an die fallen dran ein bisschen aber das ist nichts weil ja doch instant umfall einer schießt mit irgendwas und schwupp fällt er wieder um ein totengräber geht gleich kaputt wird sich wieder ganz seltsam an die 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 das ich weiß gar nicht ob die das überhaupt hört komisch der sich jetzt anhört wenn er anfängt zu gehen irgendwie seht ihr eine minute noch und dann ist der ganze spaß auch schon wieder vorbei wir kriegen unsere V-Works hier habe ich halt nur nicht meine tagesaufgabe machen können die muss ich dann in einer anderen mission quasi machen bzw in einer anderen zone weil hier war jetzt gerade kein feuerwehrauto irgendwie was ich kaputt machen kann und dann hätte ich halt noch mal 50 V-Works bekommen aber ich würde sagen so habt ihr mal einen ganz leichten eindruck bekommen wie leicht man jetzt eigentlich die V-Works bekommt und es ist kein großer Aufwand ihr müsst halt wirklich nur ein bisschen levelt und das ist denke ich war eigentlich klar geschenkt kriegst und rette die welt eigentlich vom spiel selber fast nichts aber noch 30 sekunden ich verballe ich meine 130er waffen eigentlich dumm dafür sollte man sich immer so zwei drei kleinere waffen mitholen die da auch vollkommen ausreichen würden er spielt selber spielt auch die die sache ganz entspannt vier sekunden noch und meine drohnen noch aushauen jeder wisse schaden und das war es schon mehr muss mir nicht machen muss dann wirklich nur gucken dass unser schutzbunker dann nicht mehr angegriffen wird im anfang markiert haben bzw aktiviert und das war's wir haben unseren kram einsammeln wer lacht denn da dauernd wie so ein dulli ahja emotes sind wieder am start bei half so hier ja level bla 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 wie seht ihr jetzt bin ich erst 275 ich habe schon ein paar stunden hätte die welt verbracht aber das werde ich schon hinkriegen wie gesagt wenn fragen sind einfach in die kommentare schreiben oder keine ahnung schaut im live stream vorbei so jetzt gibt mir meine wibux gibt mir meine wibux ja da könnt ihr euch auch daran gewöhnen ladebildschirme in reddit die welt dauern einfach ein bisschen länger weil klar das hauptspiel ist eigentlich so groß deshalb gibt es das halt leider auch nicht auf der switch es ist eigentlich frechheit aber der speicher für die switch ist halt wirklich nicht für rette die welt ausgelegt das ist einfach zu viele daten das spiel hat ja fast insgesamt 100 gigabyte so jetzt kommt lad schneller zack zack noch keine zeit wieder ein bisschen gold und da haben wir doch das gute ding zack 5 3 schwebaks einfach nur in der ich jetzt da rumgelaufen bin habe diese dinge eingesammelt und habe am ende ein bisschen was verteidigt mehr war es eigentlich nicht ich hoffe das ganze hat euch ein bisschen gefallen und ich konnte euch ein bisschen rette die welt näher bringen denkt dran gerne ein like da lassen gerne ein abo da lassen gerne auf dem creditcode supporten yt-familyhack und dann würde ich sagen in dem sinne haut rein 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 rein